Hallo und herzlich willkommen zu deiner heutigen Wohlfühlbehandlung. Heute geht es nur um dich, um dein schönes Gesicht, um deine schönen Haare, ja einfach nur darum, dass du dich wohlfühlst und ich werde dich heute verwöhnen und genau inspizieren, natürlich nur auf eine wohlwollende und positive Art und Weise, also keine Kritik oder ja irgendetwas unangenehm ist dieser Art, also du musst keine Angst haben. Heute darfst du dich ganz, ganz wohl fühlen und entspannen. Und heute geht es auch nicht nur darum, ob das, was ich tue, einen wirklichen Sinn ergibt, das heißt, wenn ich dich inspiziere, geht es eher darum, dass es dich entspannt und dass du dich wohlfühlst damit und nicht, dass wir ein wirkliches Endergebnis erzielen, zu irgendeinem Resultat kommen, sondern heute ist der Weg das Ziel. Und ich werde heute oder jetzt erst einmal mit einer Lupe dein Gesicht in Augenschein nehmen und dazu habe ich auch einen Light Pen, einen Lichtstift und damit werde ich dir etwas tun. Und du musst überhaupt nichts tun, brauchst, darfst absolut nichts tun, als dich einfach nur zu entspannen und spriezen. Und spriezen zu lassen, okay? Dann mach dich bereit, mach dich bereit. Bein. Hier habe ich meine Lupe. Damit werde ich nach dem Rechten sehen, nach dem Rechten auf deine Haut und auch in deinen Augen. Schau mir in die Augen, kleines, kleines. Und hier habe ich meinen Light Pen, den ich nun gleich für deine Augeninspektion verwenden werde. Und ich schaue zunächst einmal nur mit der Lupe über deine Haut. Schau sie mir ganz genau an, wie es ihr geht, sozusagen in welchem Zustand sie ist. Die unterschiedlichen Beschaffenheiten, je nachdem, welche Partie in deinem Gesicht ich übertrachte. Und das ist auch ganz natürlich, dass die Poren unterschiedlich groß sind, je nachdem, wo wir uns befinden. Denn im Gesicht gibt es verschiedene Organentsprechungen, also Verbindungen zu unseren Organen. Und je nachdem, wo wir ja eine Auffälligkeit haben, vielleicht eine kleine Schwäche, manchmal auch eine große. Also können wir das auch im Gesicht ablesen, durch Rötungen, Eczema, Pickel, eben auch erweiterte Poren. Und gerade Menschen, die Atemwegsprobleme haben, Lungenprobleme, die haben häufig erweiterte Poren. Denn die Haut ist ein ganz wichtiges Organ für uns, durch das wir auch atmen. Wir denken immer, wir atmen nur durch unsere Lunge. Aber das stimmt so nicht. Würde man uns all unsere Poren auf unserem ganzen Körper zuspachteln, würden wir sticken. Deshalb ist die Haut die Erweiterung der Lunge. Und wenn die Poren erweitert sind, heißt das, oder kann es darauf hinweisen, dass wir vielleicht wieder lernen müssen, etwas tiefer zu atmen. Nicht diese flache Brustatmung, sondern eher die tiefere Baureatmung. Die jene Atmung, die wir haben, wenn wir entspannt sind und ja im Frieden sozusagen. Und manchmal haben wir auch kleine Äderchen in der Haut. Das kann mit dem Herz in Verbindung stehen. Oder kleine Pickelchen an den Schläfen. Das korrespondiert mit der Leber. Und auch die Falten in unserem Gesicht, wenn sie dann besonders auffällig prominent sind. Und dann kann das auch auf eine Organschwäche beispielsweise hinweisen. Aber ich sehe bei dir, dass du eine sehr, 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 sehr schöne Haut hast. Und zwar nicht nur die Struktur deiner Haut, also die Poren, sondern auch die Farbe. Denn auch die Farbe gibt uns Aufschluss über unseren Gesundheitszustand. Wie zum Beispiel, wenn es nicht unserer Ethnizität entspricht, wenn wir eine besonders auffällig gelbe Haut haben. Oder eine sehr gerötete oder eine fahlweiße Haut. Dann kann uns das auch viel bei unserem inneren Gesundheitszustand sagen. Und bei dir sehe ich einen wunderschönen, gesunden, lebendigen Hautton. Nicht zu blass, aber auch nicht zu gerötet. Sehr frisch. Und dafür, dass es ja jetzt schon was Schlafzeit ist. Siehst du wirklich bezaubernd aus. Und ich würde jetzt nochmal ein wenig genauer in deine Augen gucken, mir deine Iris ansehen. Wenn das okay für dich ist. Danke. Und das Licht ist nicht zu grell. Du musst dir keine Sorgen machen. Es ist wirklich nicht zu stark. So, dass es dich nicht zu sehr anstrengt. Okay. Ich beginne mit dieser Seite. Und schaue mir das mal etwas genauer an. Okay. Dein Augenweiß sieht gesund aus. Also es ist schön weiß. Es ist nicht zu gelblich. Weil gelblich kann immer mit einer Leber- oder Gallenproblematik zusammenhängen. Also das sieht bei dir sehr schön weiß aus. Okay. Auch haben sie noch einen sehr guten Schimmer. Also sie sehen sehr frisch aus. Nicht zu trocken. Obwohl es natürlich ganz normal ist, zum Abend in etwas trocknere Augen zu bekommen. Und es ist auch immer mal ganz gut, noch einen kleinen Schluck Wasser zu trinken zum Abend. Weil man ja dann sehr viele Stunden schläft und keine Flüssigkeit mehr zu sich nimmt. Und über Nacht die Nieren entgiften. Viel Filtern, viel Gift im Körperfiltern. Und es entlastet die Nieren, wenn sie etwas mehr Flüssigkeit bekommen. Sodass sie besser ausschwemmen können. Natürlich nicht zu viel. Sodass du nicht zu oft auf Toilette musst. Und dein Schlaf unterbrochen wird. Alles in Maßen. Und auch die andere Seite. Oder was ich erkennen kann, sieht sehr gut aus. Sehr, sehr schön. Ich schaue mir immer so gerne ihres an. Weil jeder Mensch so seine individuelle Farbgebung hat. Und wenn man sich das ganz genau ansieht. So viele Muster, Strukturen erkennen. Das ist immer sehr, sehr spannend zu sehen. Ich würde gerne noch kurz dein peripheres Sehen testen, wenn das okay für dich ist. Das heißt, du sagst mir, ab welchem Zeitpunkt du dieses Leuchten nicht mehr in deinem Sichtfeld sehen kannst. Okay? Und dann sagst du einfach, du kannst nicken beispielsweise. Oder du sagst einfach nur, oder ja. Oder jetzt. Ich beginne in der Mitte und gehe nach außen. Okay. In der Mitte. Okay. Sehr gut. Nach oben. Das machst du hervorragend. Perfekt. Perfekt. Ganz, ganz wunderbar gemacht. Ich teste auch noch kurz deine Pupil-Aktivität. Ob sie auch ansprechen auf das Licht, also ob sie sich zusammenziehen und erweitern. Ja, perfekt. Und die andere Seite. Die andere Seite. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Und jetzt folge bitte nur mit deinen Augen dem Lichtschein. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Das macht dich ganz müde. Das kann ich verstehen. Weil das sehr monoton und sanft ist. Wunderbar. Das hast du ganz, ganz toll gemacht. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt sozusagen ein wenig der medizinische Teil. Und nun machen wir dich noch ein wenig hübscher, als du ohnehin schon bist. Zunächst nochmal würde ich gerne deine Haare ein wenig gämmen, wenn das okay für dich ist. Sehr gut. Deine Haare glänzen sehr schön. Ich freue mich drauf, sie zu kennen gleich. Okay. Okay. Laare kämen ist immer so wohltun, nicht wahr? Genau. Das hat so etwas, wie soll ich sagen, so etwas wohliges und wütendes. So, alles ist gut. So nach dem Motto, alles ist gut gerade. Und wenn man so richtig entspannt ist, wird einem alles total egal. Und so soll es auch sein, dass man einfach mal loslässt. Einfach mal nichts denken, sondern einfach nur genießen. Nice. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Deine Haare fühlen sich sehr, sehr schön und sehr seidig, sehr, sehr gesund. Ich kenne ehrlich gesagt nur ganz, ganz wenig Menschen, die es nicht mögen, wenn man in die Haare kämmt oder in den Haaren fässt. Ich glaube, die meisten Menschen lieben Haare kämmen oder durchs Haar fahren und du scheinst es auch sehr zu genießen. Sehr gut. Und dann nochmal ein wenig mit einer kleineren Bürste, einer Detangle Brush, einer Entwürrbürste. Ich weiß, dass die Reihenfolge eigentlich umgekehrt wäre, erst die Knötchen rauskämmen und dann das eigentliche Haare kämmen. Aber das hier ist nur eine, ja, ein kleines Schmankerl, denn deine Haare war nicht verwirrt. Deshalb machen wir das einfach nur, weil es schön ist, okay? Einfach nur aus Spaß an der Freude für den extra Wohlfühl- und Spannungseffekt. Okay. 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 Und ein bisschen die Spitzen auskämmen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und als nächstes möchte ich mit einem kleinen Bürstchen, einem ehemaligen Mascara-Bürstchen, einfach nur ein wenig über deine Augenbrauen streichen, sie ein bisschen kämmen. Und das fühlt sich auch sehr angenehm, wie ich finde. Das ist natürlich jetzt nicht besonders notwendig, weil man schlafen gehen möchte. Aber wie ich schon sagte, es soll uns hier jetzt nur um deine Entspannung gehen und nicht um eine wirkliche Sinnhaftigkeit. Okay, dann, wir können hier die Aufdehensidee. Peace. Jeder mag ja seine Augenbrauen ein wenig anders. Mittlerweile ist es ja wieder etwas mehr Mode, buschigere Augenbrauen zu haben und etwas nach oben gebürstete, wildere. Ich bevorzuge immer noch eher die klassische, begradigte Variante und finde es aber ganz toll, wenn manche Frauen so schön geformte, aber starke Augenbrauen haben. Bei meinen Augenbrauen wäre es nicht möglich, sie zu dick zu lassen, weil ich früher einfach zu viele Einzelne nur hier unten hatte. Deshalb sind sie bei mir etwas dünner. Ich finde das ganz toll, wenn sie hier etwas voller sind. Natürlich hat Mutter Natur uns schon die richtige Form gegeben, deshalb sollten wir nicht zu viel verändern, wenn wir sie jetzt zupfen. Sie nicht zu sehr entfremden. Meistens reicht es, die vielen Einzelnen nur zu entfernen und dann ergibt sich schon eine wunderschöne Form. In den wenigsten Fällen muss man mehr wegnehmen und von oben fast gar nichts. Und wenn man beispielsweise sehr kleine Augen hat, dann kann man sie optisch vergrößern, indem man die Augenbrauen ein wenig dünner zupft. Und wenn man große Augen hat, dann ist es eigentlich egal, wie dick die Augenbrauen sind, weil sie sowieso schon groß sind. Und nun habe ich hier eine Wimpernzange. Damit würde ich deine Wimpern noch ein wenig mehr schwingen lassen. Oder, ja, mehr Runden. Und damit legen wir jetzt los. Wenn du dazu tendierst, schnell zu zwinkern, dann hilft es, wenn du, wenn ich deine oberen Wimpern mache, deinem oberen Wimpernbogen, wenn du dann nach unten guckst. Und wenn ich unten bin, schaust du nach oben. Okay. Okay. Ich halte es kurz ein wenig. Genau, du schaust einfach so ein bisschen nach unten. Ja, sehr gut. Und die unteren werde ich natürlich lassen. Ich hatte gerade einen Denkfehler. Das wäre ja noch relevant, wenn wir jetzt Mascara auftragen beim Wimpernbogen. Brauchen wir natürlich die unteren nicht zu biegen. Das geht auch sehr, sehr schwer. Ja, und jetzt noch diese Seite. Genau, schön nach unten schauen. Sehr gut. Schön sieht das aus. Ich werde das jetzt noch kurz, deine Wimpern, mit dem Bürstchen noch mal ein bisschen in Form kämmen. Weil sie manchmal etwas sich verbiegen durch die Zange. Und wir wollen natürlich einen natürlichen Bogen haben. Denn wenn ich das bei mir mache, dann drücken sie sich immer etwas nach außen. Und ich möchte sie gerne natürlicher biegen. Das haben wir hier auch ein wenig bei dir gerade. Noch ein ganz klein wenig. Noch mal schön in Form kämmen. Und aus Spaß an der Freude wieder mal auch den unteren Wimpernbogen. Das machst du sehr, sehr gut. Genau. Da schaffst du jetzt nach oben. Noch mal deine Augenbrauen. Sehr, 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 sehr schön, was diese kleinen Dinge doch auch ausmachen. Nicht, dass du nicht auch vorher schon sehr gut aussahst, aber es gibt dir noch mal den gewissen Schliff. Und als nächstes und auch letztes würde ich dir gerne noch ein wenig Rouge auftragen. Nicht viel, wenn das okay für dich ist. Und jetzt geht das mal ganz schön. Und hier habe ich drei verschiedene Rouges für dich. Du kannst dir natürlich gerne einen davon auswählen, den wir jetzt verwenden werden. Ich sage dir gerne, wenn du möchtest, welchen ich für dich, für deinen Typ am passendsten finde. Und du kannst natürlich dann selber entscheiden, ob du den haben möchtest oder nicht. Also, wir haben einen, ja, das ist die Pinkton, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Das ist so ein eben dunklerer, etwas dreckigerer Ton. Das ist dieser hier. Sehr, sehr hübsch und edel, wie ich finde. Besonders gut bei etwas dunkleren Hauttypen. Zum Beispiel der arabische Hauttyp. Oder generell auch südländischer Hauttyp. Ähnliches gilt für den nächsten Rouge. Diesen. Mit dem mag ich sehr, dass man ihn aufschrauben kann. Und dies ist ein etwas freundlicherer Ton, aber auch noch ein wenig in die dunklere Richtung etwas. Ja, nicht so hellend, frisch, schreiend, sondern etwas gesetzter. Und wie du hier erkennen kannst, haben eben hier etwas mehr Glitzerpigmente drin. Das verleiht natürlich der Haut nochmal einen gewissen Glanz, einen gewissen Schein. Und, ja, suggeriert noch mehr Frische und Lebendigkeit. Und, ja, in Maßen ganz saug, denn aufgetragen ist der auch für etwas hellerer Hauttypen sehr, sehr schön. Und als letztes haben wir einen Ton, den ich persönlich sehr, 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 sehr schön finde. Und der zu jedem Hauttyp sehr, sehr, sehr gut passt. Egal ob blass oder eben stark pigmentiert oder, ja, ein starker Tarn. Das ist der schöne, ja, Peach, Pfirsichton. Und, ja, dieser hier, das wäre jetzt ehrlich gesagt mein Favorit von allen. Den würde ich jetzt gerne bei dir auftragen. Aber, wie gesagt, du kannst dich auch gerne für jeden anderen Farbton hier entscheiden. Du würdest dich gerne zwischen dem mittleren, also diesem hier und dem entscheiden. Du bist noch nicht ganz sicher, Anna, wonach ist dir? Was meinst du? Du bleibst, also du würdest gerne den, ne? Alles klar, das war dein erster Gedanke. Und dadurch, dass ich gesagt habe, den dritten würde ich dir gerne auftragen, warst du ein bisschen am Banken. Das ist vollkommen okay. Du sollst dich wohlfühlen. Und, wie gesagt, das ist jetzt hier auch nur zum Wohlfühlen. Am Ende ist es gar nicht so richtig, welchen wir hier nehmen. Ist einfach nur ein bisschen zum Entspannen. Und hier habe ich meinen Kabuki-Pinsel, um schön weich und gleichmäßig, Airbrush-mäßig den Puder aufzutragen. Okay? Okay. Und dann hier mit deinen Wangen. Schön ausstreichen. Genau, und die Regel ist, wenn du jemand bist, der sehr ausgeprägte Wangenknochen hat, die sozusagen von sich aus schon sehr gut vorkommen, dann möchte man sie nicht noch mehr betonen, weil es dann sonst zu hage aussehen kann im Gesicht. Deshalb setzt man nicht unter dem Wangenknochen an, sondern eher etwas mehr auf dem Wangenknochen selber, dass er nicht noch mehr betont wird, also eben eher hier. Und wenn du eben so gut wie kaum Wangenknochen ausgeprägt hast, dann wollen wir das Ganze natürlich ein wenig akzentuieren und betonen und zeigen oder suggerieren. Dann setzen wir das Ganze unter dem Wangenknochen, also hier ist natürlich auch immer noch in Abhängigkeit dessen zu sehen, ob du ein sehr dünnes Gesicht hast oder ein völligeres Gesicht. Denn, wenn du ein sehr dünnes Gesicht hast und wenig Wangenknochen und wir würden das hier drunter packen, dann würde dein Gesicht noch dünner aussehen, also da müssen wir dann einen Mittelweg wählen. Genau. Jetzt noch die andere Seite. Sehr, sehr schön sieht das aus. Wirklich hervorragend. Toll. Man kann, wenn man möchte, auch ein wenig noch auf die Nasenspitze gehen und auf das Kinn, sodass das Ganze ein wenig harmonischer aussieht und nicht zu sehr nur auf den Wangen lassen. Wichtig ist wirklich das Ausstreichen. Ich sehe es so oft bei, ja, Frauen oder jungen Mädels, dass man wirklich diesen Balken zu sehr sieht. Es soll wirklich ja natürlich aussehen und weniger ist definitiv mehr. Sonst sieht es schnell wie gewollt und nicht gekonnt aus und unnatürlich eben. Und es ist auch nochmal etwas anderes, ob man sich vor der Kamera befindet oder ob man einfach nur für das alltägliche Leben Make-up aufträgt. Denn die Kamera schluckt sehr viel Licht. Also wenn man sozusagen Fotomodel ist oder Kameramodel, dann muss man immer etwas stärker geschminkt werden, sodass es dann am Ende auf dem Foto oder dem Video überhaupt sichtbar ist. Das darf man nicht unterschätzen und im normalen täglichen Leben, wo man Menschen sehr nahe kommt und sie einen ja sehr detailreich sehen und man sich selbst auch ist weniger, definitiv mehr. Ja, sonst sieht es schnell nach Fosching aus. Und aufs Kinn. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war auch ein schönes Gefühl, oder auf der Haut, diese sanften Pinselstriche und die einzelnen Ährchen. Ich liebe das auch so sehr. Ich bohre das auch noch kurz bei mir. Schön. So, so angenehm. Ich hoffe, du bist jetzt extrem entspannt. Ich bin auf jeden Fall super entspannt und auch müde davon geworden. Ich hoffe, du siehst das mir nach. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle gute Nacht. Süße Träume. Und natürlich können wir jetzt auch noch im Anschluss das Ganze wieder entfernen. Du sollst es ja nicht ins Bett lagen oder Kissen hinein schmieren. Natürlich kannst du dich erstmal im Spiegel begutachten. Und dann können wir das wieder entfernen. Das war ja nur just for fun. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das mit dir und für dich zu machen. Das können wir gerne irgendwann mal wieder machen, wenn du möchtest. Du kannst dir erstmal im Bad gucken gehen und ich räume währenddessen hier auf. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Und dann reicht das Schlafen gehen. Ich bin nämlich auch mehr als bereit, ins Land der Träume zu gehen. Also bis gleich. Also bis gleich. Bis gleich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020